Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Retro Great Arena. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abon und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. We alone guys! Ich weiß nicht wovon ihr redet, ich bin da. Ja Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Retro Great Arena, das Spiel auf den alle warten. Vor allem wir, weil wir so viel Fun an dem Game haben. Das Spiel gibt's kostenlos auf Steam und im eShop und das macht halt saumäßig Fun. Könnt ihr mal A drücken? Ich wollte noch anfangen. Nein. So, oh da ist Deathmatch, ich gehe auf Deathmatch. Irgendwer ist da gerade richtig ausgerastet. Das bin ich. Oh ich war auf Super Sizer. Super Sizer ist witzig. Wie beim letzten Mal vorher gesagt haben wir jetzt alle Modis und bevor ihr jetzt hier richtig losgeht, Ich mache euch mal ein kleines Stück leiser. Ihr seid bei mir schon recht laut. So, jetzt kann ich wieder. Und ich sehe jetzt erst was für Waffen. Oh, direkt neben mir ist ein Sniper. Schau Kai. Rennen wir wenigstens in Köln. Nein. Ich muss 20 Kills in 8 Minuten schaffen. Gännt's ihn hier. Nein. Oh, hier liegen auch die Flaggkanonen normal rum. Ach du Scheiße. Ja. Ich habe den Imploader noch gesehen. Und habe Angst bekommen. Ach in der Mitte kommt der Imploader. Aber hier gibt es keine random Kisten. Leute, das wird jetzt extrem. Ich wollte da... Ich habe da eine Sniper reingeschossen in die Mitte. Ich habe mich nur selbst mit dem Kack getroffen. Das ist ein Accurator. Das ist nichts Neues. Den hatte ich vorhin schon. Nein, du sagst du es weiter. Ich habe ihn. Ich habe ihn noch abgeschossen. Kacke. Und da ist noch einer. In den Ecken kommt der. So, Accurator wurde abgeschossen. Oh, noch einer. Die Accurator sind einfach die geilsten Waffen. Schade, dass die bei Armsworth nicht dabei waren. Das wäre lustig geworden. Obwohl, vielleicht bei einer anderen Map... Auaai. Geil, geil. Du hast es nicht, was im Accurator geht. Nein. Er hat sie. Er hat die Mega Waffe. Was? Kai hat sie selbst gekillt? Ja. Und Kai hat mich gekillt. Wie das? Mit der Shotgun. Streufeuer halt. Ich will doch nur die Waffe da. Hi. Hi. Ich auch. Ich wollte sie auch. Nein, Kai gewinnt gerade. Ich habe meine Beine erwischt. Ich habe einfach nur mitten in der Waffe. in den Raum gefeuert. Hallo, ich muss meine Windstreak halten. Boom. Du bist imploded. Ah, da war noch die rote... Ich vergesse immer, dass da so eine rote Ecke an der Wand ist. Nein. Doch. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Manni wird das nicht überleben. Ich versuche gerade nur den Kill abzustorben. Naja, die hat ihn abgestorben. Scheiße. Ja, da war noch so ein Accelerator unterwegs. Oh man. Schade. Das war aber richtig los. Accelerator. Die krasseste Waffe im Spiel. Ich habe sicher teilweise ein Schild abgefeuert und er hat mich trotzdem nicht gerettet. Oh nein. Nein. Ich habe dich zumindest getroffen. Das heißt, der Kill wird meiner. Nein. 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 Das ist zu lange her. Dann muss mir das mal einer erklären. Wie der Zeitabstand ist. Das weiß ich nicht. Oh nein. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nein. Was machst du da die ganze Zeit? Ich bin echt nicht abgelaufen. Ich bring dich ja lieber einfach Dreckzess um. Ich habe dich nicht mehr gesehen in der Kill, damit habe ich das gar nicht geleckt. Nein, du soll. Das mache ich jetzt nicht. Ich schieße dich jetzt nicht in die Richtung, wo du deine blöde, Drecksschild gemacht hast. Das wird mein Kill. Nein. Hast du getan, Shining. Du hast dich selbst noch getroffen und dadurch wurde es nicht mehr mein Kill. Jaaaa. Ich habe McLuray da geschossen. Ach, in den Ecken tauchen die auch auf. Nein. Als ob der Basic-Schoss gereicht hat. Ja. Danke, Sunny. Du hast mich gerettet. Ich bring mich die ganze Zeit selber um. Nein, das war diesmal Sunny. Ich gebe euch dafür die Kill zu machen. Weil ich irgendwo lande, wo ich nicht sein soll. Nein. Nein, nein, nein. Oh, kacke. Ich habe es irgendwie an dem Schild vorbeigeschafft und bin trotzdem nicht getroffen. Nein, 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 nein. Hallo, geil. Da war auf einmal kein Eben hier. Ich habe mich selbst umgebracht. Ach du Scheiße, Hilfe. Ich habe einen Basic-Schoss, Kai. Ich würde es mir überlegen. Ich bin zu blöde für dieses Spiel. Ich bring mich die ganze Zeit selber um. Nein, du hast meinen Imploder umgelenkt. Wie das? Ja, den kannst du leicht wegschießen. Das ist das Problem. Du kannst mit jeder Waffe die anderen umlenken. Hm. Vor allem der Basic-Schuss kann das richtig gut. Boah. Das kann ich auch. Ja, da fahre ich lieber einfach direkt rein. Dann hat er wenigstens kaum Power. Scheiße. Was zur Hölle ist daran passiert? Kai hat einen Imploder geschossen und der hat mich von der Lutsche erwischt. Die hat euch beide erwischt. Ich wollte den eigentlich zwischen euch an die Wand sämmeln. Und dann habe ich es verzogen und habe Sunny direkt getroffen. Nein, du warst so weit weg. Ja. Verdammt. Das ist meine eigene. Declorator! Go! Bitte triff mich nicht. Ja. Ich habe ihn getroffen. Ja. Wir haben getradet. Ja. Hauptsache Kai gewinnt nicht. Der Loser muss der Loser bleiben. Nein, Hilfe. Oh, Kai, danke. So einfach nicht. Ich habe nichts gesagt. Gib mir den Kiss, Hanni. Ich brauche Punkte. Ich nehme dich mit ins Seino. Ich habe momentan die perfekte Win-Serie. Ich darf nicht verlieren. Ich darf meine Zuschauer nicht enttäuschen. Deine Todesexplosion hat mich umgebracht und dadurch hast du einen Punkt bekommen. Das geht? Anscheinend. Nein, als ich überhaupt der Hot-War getroffen hat noch. Super, ne, war ja. Danke. Mann. Der hat mich gerade gerettet. Alle dieselbe Idee. Nein, ich hatte, ich hatte, ich hätte noch einen Schild übrig. Ich muss ganz schnell drei Punkte holen. Kann den Jungs auch keinen Win gönnen. Auch Kacke. Ganz Kai keinen Win. Wir schon. Nein. Darüber könnt ihr unter euch schreiten. Kannst du vergessen, Kai. Nein. Nein. Ich habe ihn noch umgelenkt. Du kriegst den Punkt nicht. Komm. Ja, du hast meine Flakkanone in dich selber gelenkt. Ich habe noch den Shotgun-Knee bekommen. Ja, ich habe euch noch überholt. Ja. Ich werde meine perfekte Win-Serie behalten. Oh nein. Oh nein. Nein. Eins ob. Ach so, ich bin der da unten. Ich habe mich gerade mit Honey verwechselt. Das passiert mir aber auch andauernd wieder. Warum? Das ist meiner. Ey, nicht nett. Imploader. Ach, du Scheiße. Ich habe hier nur eine Waffe verbracht. Was war meiner? Was? Hilfe! Hilfe! Ich habe mich zum Glück noch selbst umgebracht. Da hat keiner den Kill bekommen. Ich habe mich selbst töten eigentlich. Ja! Ich habe mich selbst töten eigentlich. Ja! Ja! Hahaha! Wie immer bin ich letzter, aber das ist mir in dem Spiel tatsächlich so geil. Nein, Honey ist letzter. Hey, hatten wir nicht beide neun? In relations using imploder. Ach so. Hey, wir hatten noch beide neun. Oder nicht? Ich meine, wir hatten beide neun. Nee, ich glaube, du lagst noch einen Punkt drunter. Okay. Kai hat nämlich im letzten Moment noch einen Punkt geholt. Ah, ich habe das mitbekommen. Nein. King's Crown ist kack, das ist nervtöd. Nee. Wieso? Da gewinnt ich immer. Das ist einer der Gründe. Ah, okay. Es ist immer dieselben Waffen. Schade. Meiner. Aber hier kannst du einen wenigstens besser umbringen als bei der letzten Map. Ja, das ist wahr. Mach mal Kai schon drei Käse, das dürfen wir nicht zulassen. Weider uns beide gleichzeitig mit der Shotgun umgebracht hat. Der hat so die Maschinen dann übersprungen. Oh, Mann. Nee, ich habe nicht übersprungen, aber Sunny war gerade so nah an mir dran, dass ich den, dass wir mit der Maschinen dann noch treffen konnten. Ja, ich habe mich mit der Shotgun umgebracht, während ich mich selbst umgebracht habe. Perfekt. Geh mir wenigstens den Punkt. Nö. Self-eliminate. Dumpf. Schieß einfach da rein. Nein, du. Danke, den habe ich gebraucht. Verdammt. Ich habe ihn selbst mit dem Maschinen dann umgebracht. Ja, ich habe den Kill-Aid nicht bekommen. Das ist tatsächlich wieder krass. Danke. Ey, das war meiner. Was heißt ihr, das war deiner. Ja. 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 Ich glaube, ich habe das Gefühl, wir haben es fest. Es ist die Zeit dafür auch noch länger. Ah, die Schlag wieder. Flank und Sniper finde ich mit der Schwerste. Ja. Nein, was? Ich habe dich von oben gesniped. Ja, aber ich bin doch eigentlich auch nicht. Ich wollte eigentlich ausweichen. Ja. Ach der. Ich hänge immer noch auf der fangenen Strohflinte. Ja. Der Loser. Ich hatte noch einen Kill. Ne, das war dein Kill leider. Ich dachte, das wäre meine Flak. Oh ja, ich gehe jetzt mal einen Imploder reinballern. Ich schaffe den Kill dadurch, ne? Sag ich doch. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ich habe den Imploder da in die Mitte geballert. Also Sani hat diese Runde aber richtig gut abgeliefert. Oh Mann, da war die kackrote Box. Ich will nicht sterben. Oh nein. Aber Sani will. Ach willst du. Ach willst du. Ach willst du. Dann würde ich mich eben selber aufschicken. Oh toll ey, was sollen wir doch in der Schotter gegen den Sniper machen aus der Range? Nein, nein, das habt du mich bekommen, Mann. Okay, ich muss mal aufhören den Sani zu fokusten. Ich habe die drei immer schon hintereinander umgebracht. Was ist da gerade passiert? Ich habe da auch ein Kill gemacht, mit dem ich einfach reingesprayt habe. Aber ich bin nur eine Waffe hochgekommen. Warum? Ich habe schon wieder den Sani getarget. Das ist ja meiner. Ich konnte es nicht mehr mehr kontrollieren. Ich weiß schon, wie die Sani vollgeist. Target? Sani. Toll, ich bin nicht mal von der Shotgun runtergekommen. Ah, ich habe sogar Schienen gerade bekommen. Super Imploader. Jetzt weißt du, wie es mir gerade ging. Mal sehen, wo der Land ist. Juhu. Juhu. Der kam von da hinten. Juhu. Ich konnte da aber auch nicht mehr weg. Danke Sani. Juhu. 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 Ich habe mich selbst umgebracht und zählt noch als Deiner. Ah, lol. Okay, das ist cool. Dankeschön. Ich glaube, bei Abends ist es die Zeit dafür einfach viel länger als bei den anderen Modis. Und ich glaube, da ist es dann unbegrenzt die Zeit. Hauptsache, man hat den Kinder nö. Hilfe. Ach, die Map gerade aus. Na toll, nur ich habe die Scheiß Maschinen dann noch. Ey, die Maschinen ist ja cool. Die Maschinen ist ja mega. Die schießt hier überall. Ja, aber die schiebt einen aber so gut wie gar nicht. Das ist das Problem. Also. Ich habe die Zeit selber getötet, aber das war's. Uuuu. Er passt doch gerade nicht auf. Er passt nicht auf? Ich. Ich. Oh nein, 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 nein. Oh, kacke. Ey, das ist nicht fair. Da war ein Schild neben mir. Da warst du neben mir mit dem Schild. Oh, danke, Powerbox. Du hast mich gerettet. Dafür muss ich Kai umbringen. Wusstet ihr schon, dass ich einen Imploader habe? Und mich selbst damit umbringe? Nein, mein Kill. Ach, das wäre ja so schön gewesen, wenn ich Kai damit instant nach dem Spawn umgebracht hätte. Gut, dass es noch den Schild gibt. Janis. Danke für den Onkill. Uuuu. Danke für das Onkill. War das dein Kill? Nein, das war deine Runde. Ja. Kacke. Ich habe Kai noch getroffen, aber du hast eigentlich auch noch gewonnen, weil du am Ende noch einen Kill gemacht hast. Oh, Maaann. weil ich war jetzt schneller die rote das wir jetzt den erholen ich mir nein erholtig keine sauer heute aufschauen was anderes von mir erwartet man sich das wort nicht ich habe den sniper dich selber reingeschossen scheiße oder das ist belastend ja ich hätte ich denke vor ihm habe mit der schuld gerade reingeschossen und ich habe stets ist ein sniper schuss getroffen ihn damit umgebracht ich habe ich habe ihn so ein selbstmord ich habe sterbehilfe geleistet mein paar ist kacke ich bin tot okay ich habe immer noch die scheiß schottgarten ich auch selbst eliminieren jetzt hat er sie mit eigenes danke habe ich wenigstens keine scheiß schottgarten mehr die maschinen dann ist auch nicht viel besser der blauen block hat mich gerettet hauptsache ich habe der maschinen kann danke danke jungs ich bin auch mal von der schottgarten runter die meins du wirst auf ewig da unten bleiben auf dem platz wo du bist wo ist denn kein weit mensch sagt doch die folge heißt froh kustan ja komm bitte triff ich war weg ich habe mich noch selber gesteckt damit kommen bitte triff nein nicht mich man geht auch weg tschüss was ich lag kennen das gereicht ein nö als ob schade ich habe es einige geld und dann hast du mich noch abgestaut ja jetzt in kauf noch aufnehmen diesmal war ich sogar im dritten eine runde ginge noch das war es mit dieser folge ich hoffe ihr hattet spaß wir sehen uns bei der nächsten tschüss Wollt ihr auch ein Tschüss sagen? Tschüss. Ja, danke. Ciao, ciao.